Heute geht es um Shitstorms, einen Survival Guide. Und das sind unsere Themen. Was sind Shitstorms? Wie laufen Shitstorms ab? Und wie verhindern wir Shitstorms? Hallo und willkommen zur 21. Folge der Online-Geister. Wir dürfen jetzt auch schon in Amerika Alkohol trinken. Und wählen. Online-Geister, Hausmeistereien. Tut mir leid, ich hatte dich unterbrochen. Du wolltest sagen. Wir können wählen und in Deutschland gewählt werden. Aber ja, letzte Folge, Auswertung. Ganz kurz, Januar-Episode, Folge Nummer 20, onlinegeister.com slash Folge 020. Thema Social Media in Deutschland. Erstmal, Tristan, wie ist deine Meinung? Wie lief's? Ja, war eine wahnsinnige Folge. Das ist nichts, was ich mir nochmal anhören würde. Aber man kann nicht meckern. Sag mal, so in drei Monaten ist es eh veraltet, weil das ja Zeitbezug hatte. Ich fand es sehr, sehr viel besser als unsere Folge 001, die ja ein ähnlich gelagertes Thema hatte. War es ja auch Überblick, Social Media? Ja, wir haben uns dem ähnlichen Thema nochmal angenommen, aber mit deutlich mehr Routine bei uns, mit einer besseren Übersicht, wie funktioniert was in einem Podcast. Und ich hoffe, das hat man da draußen auch gemerkt an den Empfangsgeräten. Ich für mich fand es eigentlich sehr, sehr gut und bin der Meinung, das sollten wir jährlich eigentlich wiederholen. So als kurze Wasserstandsmeldung, was ist gerade so relevant, dass wir auch so ein bisschen den Ton angeben, was ist jetzt wie wichtig. Vorschau für nächstes Jahr, Facebook ist noch größer, Twitter wurde ganz abgeschafft und es gibt jetzt das neue Social Media von Google. Google Plus wird abgeschafft und die arbeiten gerade an irgendeinem neuen Netzwerk. Google arbeitet immer an irgendeinem neuen Social Media Netzwerk und das funktioniert auch nicht. Aber kurze Übersicht, Veröffentlichung war am 25.01. Wir hatten 19.000 Hörer in der Wiederholung am 26.21.000 Hörer, also solide mittlere Zahlen. Das läuft gut. Wiederholung ist immer nach dem Mittagsmagazin, nach dem Morgenmagazin und morgens hören wir heute Radio. Also herzlich willkommen auch an die Frühstückshörer und Arbeitshörer und so. Genau, was ich übrigens sehr, sehr schön fand, wir haben bereits im ersten Monat 500 Downloads allein für diese Podcast-Folge bekommen. Nur für die Folge? Nur für die Folge, was im Schnitt eine Steigung von etwa 300 Prozent zur Folge 19 mit dem Thema Datenschutz war. Also insofern, die Leute finden Social Media einfach nur geil. Oder sie haben gedacht, weil wir jetzt nochmal so einen Null-Cut machen, okay, Wasserstandsmeldung, wie bei Marvel und DC, wenn die so ein Reboot der Comics machen, so ein Relaunch, alles nochmal auf eins. Und man kann jetzt wieder einsteigen in die Online-Geister und vielleicht haben viele Leute keine Lust, die ganzen alten 19 Folgen nachzuholen und denken, okay, jetzt kommt wieder was Allgemeines. Jetzt kommt nochmal so ein Nullpunkt, Beginn des neuen Themenjahres. Jetzt steige ich nochmal ein und höre all jeden Podcast durch. Und das haben jetzt ein paar hundert Leute gemacht. Hallo an allen neuen Hörern. Nach der Logik dann, also nach unserer Nullnummer, jetzt herzlich willkommen zur ersten Folge der Online-Geister. Nee, aber generell ganz schön. Ansonsten noch kurzer Hinweis. Wir haben auch neben unseren regulären Monatsfolgen unsere Quickies als Podcast-exklusive Kurzformate oder wie es die Hörerin mal gemeint hat, als Nerd-Special. Und da habe ich jetzt geplant für den März den großen Quickie-Relaunch oder wie auch immer man das Ding nennen möchte. Also ich möchte einfach eine Woche jeden Tag Quickies online stellen, dass wir auch mal zum Beispiel so ein bisschen unser Archiv leer machen können. Da habe ich halt leider auch hier und da ein bisschen selbst verschuldet. Manche sagen etwas lange liegen lassen. Das wird einfach mal Tabula Rasa machen und ihr da draußen zum Beispiel auch ein paar sehr interessante Formate einfach mal bekommen. Sehr interessante Interviews, die wir auch geführt haben. Ja, genau, das können wir raushauen und vielleicht schaue ich ja mal ab und zu mal rein. Ich weiß nicht, ob ich alle sieben Tage am Stück Zeit und Energie finde, mich da dazuzusetzen. Ist ja das Schöne, es ist ja nicht verloren, es ist ja weiterhin in der Audiothek online-gaste.com abhörbar. Genau, apropos hören, Christa hat mich heute unterstützt bei der Liedauswahl. Deswegen kommt etwas, was ihr von mir normalerweise niemals hören würdet, nämlich Frank-Kurt-Zander, der stellt sich vor. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr Podcast-Hörer bekommt noch einen kleinen Hinweis, wie ihr uns unterstützen könnt. Steady ist eine deutsche Plattform für Crowdfunding. Dort könnt ihr Projekte unterstützen. Wenn euch die Sendung wie uns am Herzen liegt, freuen wir uns sehr über eure Hilfe. Und ihr bekommt auch was dafür. Bei Steady könnt ihr Unterstützerpakete ab einen Euro auswählen. Werdet namentlich in unserer Unterstützerliste genannt. Macht Themenvorschläge zur Sendung und stimmt darüber ab, worüber wir quatschen sollen. Wählt eure Lieblingsmusik oder... Ja, lasst mich für euch alles tun, was ihr wollt. Um Online-Geister zu helfen oder Tristan zu necken, geht jetzt auf onlinegeister.com-steady. S-T-E-A-D-Y. Oder sucht uns einfach bei steadyhq.com. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Frank-Zander mit Hier-Kommt-Kurt. Und verlassen wir den Sander und widmen uns unserem Thema. Online-Geister. Thema der Sendung. Der Scheiße-Sturm oder egal, Englisch cooler ist, der Shitstorm. Und da wollten wir erstmal fragen, bevor wir darüber reden, was ist eigentlich genau ein Shitstorm und wo besteht der Unterschied zur sonstigen Kritik, die im Netz geäußert wird? Genau. Also wem Shitstorm vielleicht auch ein bisschen zu krass ist, Krisenkommunikation ist so die politisch korrekte Bezeichnung dafür. Aber seit 2015 findet sich der Begriff Shitstorm auch unter anderem im Duden und dort definiert als Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht. Oder beim Gabler Wirtschaftslexikon, da gibt es auch eine Definition, in dem Fall aber für Krisenkommunikation, was aber effektiv dasselbe ist. Krisenkommunikation ist der Teil des Krisenmanagement, der der Einflussnahme auf weiche Faktoren dient, um Unternehmenskrisen zu verhindern oder zu bewältigen. Man merkt deutlich so die Ausrichtung, aber generell geht es immer um Kritik, negative Kritik. Es gibt ja auch positive Kritik, aber Shitstorm ist immer, da finde ich die Duden-Definitionen wesentlich auch allgemein verständlicher. Einfach, also Sturm der Entrüstung finde ich da eine sehr, sehr schöne Umschreibung. Das hat schon was Poetisches. Auf jeden Fall salonfähiger als Shitstorm. Der Entrüstungssturm. Wow, also wir hatten ja einige Shitstorms. Du hast ein paar Sachen rausgestellt. Ich überlege, ob ich alle kenne, also Boykott Barilla ist eine Weile her. Ja, aber kennst du noch? Ja, wie der Firmengründer homophob war, dass er nicht wollte, dass Schwule seine Soßen kaufen oder so ähnlich. Ja, oder der Firmenchef, zumindest Firmengründer glaube ich nicht mehr, aber der damalige Firmenchef, genau, der hatte sich halt darüber aufgeregt geäußert. Er möchte keine Werbung oder möchte nur Werbung machen mit dem traditionellen Familienbild, also Mann, Frau, Kind. Und das hat natürlich eben Alternative, zum Beispiel auch Alleinerziehende, bestes Beispiel, ein bisschen auf die Barrikaden gebracht. Und das war halt auch schon ein schönes Beispiel für einen Shitstorm. Also wir würden uns jetzt auch mal so ein bisschen an Beispielen mit langhangeln wollen. Generell Shitstorm, wie laufen die ab? Da kommen wir noch mit drauf. Aber so für wie, was ist überhaupt das alles? Was kann das sein? Das Aktuellste dürfte das Hashtag MeToo sein. Das habe ich nie wirklich als Shitstorm empfunden, eher so als, ja, es wird gerade der Fokus auf Dinge gelegt, die normalerweise nicht angesprochen werden. Da ist auch negative Kritik mit dabei, aber hauptsächlich, ey, wir haben Probleme, um die sollten wir uns mal kümmern. Man muss aber auch immer denken, also nach der Duden-Definition ist es ein Sturm der Entrüstung im Internet, der zum Teil nicht zwangsweise mit beleidigenden Äußerungen einhergeht. Und da muss ich sagen, bei dieser MeToo-Debatte ist es ja auch durchaus teilweise sehr beleidigend, auch gegen Männer gehetzt, sondern wir sind ja alle potenziell vergewaltiger. Ich würde es durchaus klassifizieren können als Shitstorm, nicht klassischer Shitstorm, aber es geht durchaus in eine ähnliche Richtung. Es geht aber auf jeden Fall auch in beide Richtungen. Also in meiner Twitter-Blase habe ich mehr Beleidigungen gegen die festgestellt, die das Hashtag MeToo benutzen, als andersrum. Dass die irgendwie gesagt wurde, hey, was soll denn das, du kannst nicht alle in einen Topf stecken, nicht alle Männer und so. Dass da in beide Richtungen teilweise sehr scharf geschossen wurde, aber aus beiden Richtungen auch sehr konstruktive Beiträge kamen. Das muss man da auf jeden Fall dazu sagen. Muss man auch immer bedenken, dass es gibt, ein Shitstorm, der definitiv ein Shitstorm war in so eine ähnliche, ne, war wieder sexistische Richtung gegen Gamergate. Ach Gott, das ist auch schon wieder, ich bin da immer durchgestiegen, was da jetzt eigentlich das Problem gewesen ist. Und als es mir erklärt wurde, habe ich nicht ganz verstanden, warum das jetzt ein Problem war. Das Problem von Gamer, also das Thema bei Gamergate war einfach, Frauen spielen Videospiele. Oh mein Gott. Das geht anscheinend nicht. Wer hätte das gedacht? Ja, das geht für viele Kerle anscheinend nicht. Aber das ist doch unser Ding, wir haben doch nichts anderes. Beziehungsweise Arnita, glaube ich, Arnita Sarkeesian. Das ist ja nochmal was anderes. Ist eine YouTuberin, aber die stand so im Zentrum vom Gamergate. Und die hat eben feministische YouTube-Videos gemacht, unter anderem sich dort eben drüber ausgelassen, über diese klassischen Mario-Spiele zum Beispiel. Das ist immer das Dämse und das Stress, man muss immer die Prinzessin retten. Diese Klischees einfach. Generell sexistische Tropes, sexistische Themen und Motive in Videospielen. Genau, und da haben sich eben viele, vor allem halt männliche Gamer, auf den Schlips getreten gefühlt. Und gemeint, jetzt will die sich unsere Prinzessinnen schnappen. Wen soll man dann sonst retten? Nicht mehr Prinzessin Peach, sondern Prinz Eisenherz oder wie. Warum nicht? Das war diese Art von, ich glaube, Territorialstreit. Ich habe keine Ahnung. Aber das hat auch ziemlich ausgeartet. Da gab es am Ende sogar Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen gegen zum Beispiel die Arnita Sarkeesian, aber auch viele andere YouTuberinnen. Es gab Bombendrohungen, auch Veranstaltungen, auf denen Anita Sarkeesian sprechen sollte. Ja, und wo ich mir denke, wir haben ja auch andere Hashtags, die, also meistens geht es gerne mit Hashtags einher. Internet, Twitter, Facebook, Hashtags. Für alles braucht man ein Label irgendwie. Da gab es andere, wo ich der Meinung bin, da wären Todesdrohungen eher angebracht. Stichwort Dieselgate. Also Todesdrohungen finde ich generell eher wenig angebracht. Aber ganz ehrlich, da hätte ich es eher verstanden. So wie ich das Internet kenne. Also schlicht und ergreifend die Abgaswerte bei vor allem VW und anderen Autokonzernen, da gab es halt Hashtag Dieselgate oder, was ich immer noch sehr schön finde, vom Winde VW. Das war, glaube ich, vom Neo Magazin geprägt, oder? Vom Winde VW? Möglich, aber ich fand das als Bezeichnung ganz schön. Also auch wieder so ein Hashtag ist nicht gleich der Shitstorm. Aber viele suchen sich ja gerne solche Labels, solche Etiketten, wo man das irgendwie mal zusammenfassen kann, so betreffend gemeinsame Bewegungen. In der Liste kenne ich jetzt noch eine Sache, die relativ regional ist. Da würde ich gleich drauf zukommen. Aber eine Sache, die ich gerade nicht wieder erkenne, Hashtag Dishstorm. Das ist der stumme Wasserglas? Nee, das war ein bisschen begrenzter gewesen, aber muss ich sagen, das war eine sehr, sehr kreative Auslegung eines Shitstorms. Ich kann es auch mal kurz mit eingeben, dass du vielleicht ein paar Bildbeispiele findest. Bei Dishstorm an sich. Also Dish im Sinne von Geschirr, oder? Ja, also es ging um Essen in dem Fall. Ah. Bei Bertolli war das gewesen. Also der Pasta-Soßen-Hersteller Bertolli, ich gucke gerade, das war Anfang 2015 gewesen. Ich wechsel mal Bertolli mit Barilian, denke ich, irgendwann ist die Gleichen sind. Also Anfang 2015 war es gewesen, ist jetzt schon eine Weile her, also wir machen auch historische Beispiele. Da hat eben Bertolli bei einem Foodblogger ungefragt kommentiert mit einem Rezept-Link. Und das fanden die halt, das war keine gute Kommunikation. Also im Prinzip Werbung für sie selbst gemacht bei irgendeinem Foodblogger. Genau. Okay, ja. Also ist jetzt nicht, also ist jetzt in dem Fall kein Schützturm-Auftakt, aber das wurde eben als, ich sag mal, keine, das wurde als undiplomatisch, als keine gute Tonwahl wahrgenommen. Und dann haben eben Foodblogger sich entsprechend, ich sag mal in Anführungsstrichen, gerecht und bei jedem Beitrag von Bertolli halt eben Werbung für sich selbst gemacht. Also mit eigenen Mitteln, was ich einfach nur herausstellen möchte im Sinne von, da wurde nicht beleidigt, da wurde einfach kreativ mit umgegangen. Um den so am eigenen Beispiel vorzuführen, ist doch irgendwie blöd, was ihr da gemacht habt. Wenn das nachher schon als Schützturm zählt, fällt mir ein weiteres Beispiel ein, The Future Liberals Want. Der Zauberstab der künftigen Liberalen? Nein, nein, die Zukunft, die Liberale wollen. The Future Liberals Want. Okay, gut, 18, ja, ja. Schwierig in der deutschen Auslautverhärtung. Und irgendein konservativer Politiker aus den USA hat ein Bild gezeigt aus der New Yorker U-Bahn, glaube ich, wo eine scheinbar, also anscheinend muslimische ältere Dame mit Kopftuch und dick eingepackt und halt wie man sich so eine türkische, muslimische ältere Frau vorstellt. Direkt neben einer Transe, einem transvestitisch-travesti-mäßig angezogenen Person mit roter Perücke, aufreizender Kleidung, aber auch irgendwie Behaarung, stark geschminkt und sehr knapp begleitet an sich, schaßen direkt nebeneinander in der U-Bahn. Also völlig normal Straßenbild. Genau. Er hat es negativ, also aus seiner Sicht negativ kommentiert mit, das ist die Zukunft, die die Liberalen haben wollen, unter einem Subtext, aber ich will das nicht. Und darauf waren ganz viele Kommentare mit, ja, ja, warum nicht, also das ist doch ganz normal, New Yorker in der U-Bahn, sieht auch immer so aus, haben dann ganz viele andere Bilder gepostet, wo auch Leute in der U-Bahn sitzen und das ist die Zukunft, die Liberale haben wollen. Weil eine ganze Reihe von Leuten im Teletubby-Kostüm, das ist die Zukunft, die Liberale haben wollen oder Powerranger oder mehrere Hunde, die auf dem Sitzen sitzen. Okay. Ja, und das ist the future liberals want. Darunter findet man noch einiges. An dem Beispiel kann ich auch eine andere, gerade sehr aktuelle Debatte aufmachen. Also wir haben jetzt so etwa Mitte Februar, wenn wir das hier aufnehmen, und da gibt es gerade in Sachsen-Anhalt einen größeren, mal wieder Kopftuch-bezogenen Streit. Vielleicht hast du es mitbekommen, Tristan. Ihr Kopftuch höre ich immer mal ab und zu, ich weiß nicht, worum es konkret gerade geht. Also jetzt gerade die Integrationsbeauftragte des Bundeslandes, Susi Möbeck, also M-Ö-B-B-E-C-K, hatte eine Moschee besucht und war dort halt mit einem Kopftuch drin, was du ja machen solltest, betreffend Religiöse, genau wie du eine Kippa in einer Synagoge trägst oder eigentlich in einer Kirche auch einen Hut aufsetzen musst, dich bedecken musst. Ich kenne Kirche ohne Hut. Also ich habe immer gesagt, du kommst in der Kirche, hast du aber keinen Hut auf. Kirche hast du keinen Hut auf, Respekt vor dem Gotteshaus, keine Kopfbedeckung in der Kirche. Also traditionellerweise, vielleicht evangelisch, vielleicht katholisch, evangelisch. Ist, glaube ich, auch konfessionell unterschiedlich, ist auch egal, jedenfalls hatte sie in der Moschee Kopftuch auf. Das hat unseren Minister Marco Tullner, der ehemalige Bildungsminister oder naja, so hin und her irgendwie, ich weiß gar nicht genau, aber Minister Tullner hat das eben nicht gefallen. Der hat sich darüber aufgeregt, dass ich gar nicht fassen kann, wie die Frau das machen kann. Und eine Breite, da entsteht auch gerade so ein bisschen Shitstorm, mindestens ein Streit. Das wäre nämlich auch so ein Satz, Shitstorm ist nicht gleich Shitstorm, nehme ich von der Windstärke her auch vor allem. Ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, mein prinzipiell, Integrationsbeauftragte, es ist ein Moschee, das heißt im Gotteshaus, also ich bin der Meinung, das ist einfach nur der Respekt vor den anderen, dass man sich so kleidet. Es war kein Krankenhaus, es war keine Schule. Also Kopftuch ist ein schwieriges Thema, sobald jemand dazu gezwungen wird, es zu tragen, obwohl er es von sich aus nicht tragen würde, bin ich dagegen. Aber ich bin halt für die Freiheit jedes Einzelnen, wenn ich ein Kopftuch tragen will, egal aus welchen Gründen, dann soll ich auch ein Kopftuch tragen dürfen. Ich wäre dagegen, aus religiösen Gründen in der Schule ein Kopftuch zu tragen. Also es ist das, muslimische Lehrerin, egal welcher Unterricht, Kopftuch zu tragen, genauso wie ich dagegen bin, dass in der Schule ein Kreuz an der Wand hängt. Ich würde gerade sagen, Kruzifix ist ja genau so ein Ding. Mach ich auch nicht. Und da sind wir schon bei einem großen Problem. Zu Hause gehen, machen wir, was Sie wollen. Da sind wir auch schon bei einem großen Problem, was ich finde, beim Duden sehr schön zusammengefasst wurde, eben mit diesem Entrüstung. Die aufregen, diese Empörungsgesellschaft, in der wir teilweise auch leben. Es wird sich über jeden Scheiß momentan, habe ich den Eindruck zumindest, aufgeregt. Oder die Leute haben das Gefühl, sie können sich im Internet drüber aufregen. Da ist der Raum dafür. Durch das Internet ist dieses neue Medium geschaffen. Ich habe vor kurzem erst ein sehr altes Video von 1999 gefunden. Was? 99? 99. Wie kann das sein? Uralt. David Bowie hat gerade zu Anfangs des Internets ein Interview gegeben, wo er der Meinung war, Internet wird alles ändern. Er hat halt damals schon gesagt, wie es heute ist. Das wird seitdem die Kommunikation auf den Kopf stellen. Wir können nicht vorhersagen, wie schrecklich oder auch wie toll es werden wird. Und der Interviewer, der Reporter schaut ihn nur so ganz unglaublich an. Ja, ja, Herr Bowie ist schon recht. Sie macht vielleicht schöne Musik, aber verstehen Sie nichts. Und die Geschichte hat David Bowie recht gegeben. Ein Visionär, in mehr als einer Hinsicht. Ja, genauso zum Beispiel dieser H&M-Skandal im Jahr 2018 mit dem Pullover. Ich glaube, da haben wir einfach noch Pech gehabt. Das war, also es ist verhältnismäßig lächerlich. Ich fand es auch sehr schön, wie andere Leute dann gemeint haben. Also Pullover an sich, es gab halt ein dunkelhäutiges, ein hellhäutiges Kind. Und bei dem einen war irgendwie Dschungel-Expedition oder sowas stand draufstehen. Bei dem anderen irgendwie König des Dschungels. Also man konnte, wenn man das möchte, es rassistisch interpretieren. Ja, weil manche Rassisten, also es sind seit Jahrhunderten ja schon schwarzhäutige, dunkelhäutige Menschen mit Affen vergleichen als rassistisches Motiv. Es ist heute noch, dass Fußballer mit Bananen beworfen werden. Ist auch egal. Da fand ich aber jemanden sehr schön, der, ich glaube, das war auch eine Meme-Form am Ende sogar, darauf reagiert hatte mit, ist es jetzt rassistisch, weil es wirklich rassistisch ist oder weil wir alles rassistisch auslegen heutzutage? Wie könnte es beleidigend interpretiert werden, dass wir schon darauf konditioniert sind? Es kann ja wirklich sein, dass H&M an der Stelle gar nicht drüber nachgedacht hat, dass sie das nicht bemerkt hat. Das ist einfach so naiv war an der Stelle. Oft passiert sowas mit der Intention, jemanden abzuwerten und deswegen ist der Reflex bei vielen Leuten da, erstmal die böse Intention zu sehen. Und ich glaube einfach, dass H&M überhaupt nicht nachgedacht hat. Wie soll ich oft auch überhaupt nicht nachdenken? Einfach, der passt da rein, der passt da rein. So bumm schöne Werbekampagne. Dazu nur ganz kurz, da gab es mal eine wunderschöne South Park-Folge, wo es darum geht, ich glaube, dass die Flagge des Dorfes, wo die wohnen, das war irgendwie mehrere verschiedene Leute hängen eine dunkle, also eine dunkle gemalte Figur im Sinne von, wir hängen einen Schwarzen. Und die Kinder haben dann irgendwie gesagt, also wir müssen das jetzt irgendwie ändern. Die haben aber niemals erkannt, dass es irgendwie Rassismus war, sondern einfach nur, es ist scheiße, die Leute umzubringen. Wo ich auch denke, das ist so eine perfekte Aussage von den Rassismus nicht sehen, sondern einfach nur die Tatsache, dass da jemand schlecht behandelt wird. Man kann gegen South Park viel sagen, aber solche Sachen treffen sie auf den richtigen Punkt. Ja, aber bevor wir uns dazu sagen, solche Details ergehen. Wolltest du was zu Rote Soße sagen? Zu Roten Soße Gate? Ja. Pizzeria in Halle? Genau, also eine Pizzeria in Halle. Insofern, wenn ihr das hört, vielleicht kommen wir mal gerade das Essen, wir machen Werbung für euch. Nein, also da gab es im letzten Jahr 2017 das sogenannte Rote Soße Gate. Das fand ich, war von den lokalen Medien ein bisschen hochstilisiert worden. Lange Rede, kurzer Sinn. Facebook-Seite, da gab es einen Kommentar, jemand hat das Restaurant mit einem Stern bewertet, weil er hat gesagt, die experimentieren immer mal mit Pizza hin und her, sowas zu Beläge und Beläge alles angeht. Mir hat es jetzt nicht geschmeckt, andere mögen es vielleicht, aber mir eben nicht. Hat einen Punkt gegeben, also einen von fünf Sternen. Okay. Dann kommt der Besitzer von dem Laden und beispielsweise bezeichnet den Kommentator, der nicht so heißt, konstant als Kevin. Mit der Intention, dass es als Beleidigung gemeint ist. Du, Kevin, du, keine Ahnung, wie man das interpretieren kann. Und da wäre zum Beispiel schon der Punkt, ist es ein Shitstorm? Ja, nein. Vor allem ist es erstmal rein rechtlich, ist es Beleidigung? Ich habe ja Linguistik studiert und da ist es so, wenn ich jetzt meinen Doktor, Professor oder was mache oder bei meinen Professoren war es auch so, die werden teilweise vor Gericht zitiert als Experte und müssen dort dann sagen, ist es eine Beleidigung, wenn man die mal als Kevin bezeichnet. Gibt es irgendwelche linguistischen, sprachlichen Faktoren und Marker, die Kevin als Beleidigung herhalten könnten? Ich glaube, das führt jetzt zu weit über das Dingens hinaus. Ich meine, aber das ist so oft ein Beispiel, aber das hat diese Interpretation, diese Überlegungen. Die führen dann auch dazu, ob es jetzt als zum Beispiel Shitstorm gilt und nicht an der Stelle, sage ich mal ganz direkt, diese rote Soße geht, das war einfach, wie gesagt, Lokalseite und die das irgendwie hochbauschen wollen, die wollten ihren... Ich sehe da keinen Sturm der Entrüstung. Es gab Diskussionen, die eine, also es gab auch große Diskussionen. Ein paar Leute haben sich auf Seiten von dem Kommentator gestellt, andere auf die Seiten der roten Soße und so weiter, aber das würde ich jetzt für mich wirklich nicht als Shitstorm bezeichnen, das ist wirklich Sturm im Wasserglas. Aber da vielleicht auch mal direkt, dass wir uns mal mit der Theorie auseinandersetzen. Also wir haben jetzt in vielen Beispielen schon gesehen, wie Shitstorms ablaufen, es gibt immer einen Auslöser, unsensibler Inhalt, beleidigende Sachen, irgendwer war unachtsam bei irgendetwas oder ein riesiger Skandal ist plötzlich aufgedeckt worden, wie bei MeToo zum Beispiel. Genau, oder es sind einfach nur Wahrheiten ausgesprochen worden, die andere schon wissen. Ja. Dann, ja, ein paar Einzelne empören sich, es verbreitet sich, weil es, ja, ich will jetzt nicht Clickbait sagen, aber es sind halt Themen, die viele Leute interessant finden oder draufklicken, okay, hier ist ein Skandal oder hier ist Konflikt, was passiert da, ist spannend, ist es für mich relevant und viele meinen dann auch, sich daran beteiligen zu müssen und denken, ja, finde ich gut, was die machen, ich mache mit oder nee, finde ich scheiße, was die machen, ich mache was dagegen, weil es ja oft auch sehr polarisierende aktuelle Themen sind, die sich in den Shitstormsicht dreht. Oder man diese Themen eben polarisiert und aufbauscht. Ich meine, denk an diese eine Debatte als darum, ist das Kleid weiß oder blau? War das auch schon ein Shitstorm? Das war 20. Das ist kein Shitstorm, aber es ist ja auch eine polarisierende Debatte, aber über die Farbe eines Kleids, beziehungsweise wie das Foto entstanden ist, wie aufgenommen worden und sowas. Da sage ich auch, das muss nicht immer ein polarisierendes Thema an sich sein, aber es wird halt aufgebauscht und halt eben absichtlich polarisiert. Du kannst ja genauso gut am Ende einen Shitstorm haben über, keine Ahnung, Klopapierrolle nach vorne oder nach hinten. Oder Vanille oder Schokoeis. Da kannst du am Ende auch einen Shitstorm machen. Leute, die keine Ananas auf Pizza machen, mögen. Da gab es auch schon teilweise im Internet über Monate so eine Sache, es sind doch asoziale irgendwas, die sowas machen. Also dieses unnötige Aufbau und Anheiz. Ich finde der Salami auf Pizza, finde ich widerlich. Wer legt denn Salami auf Pizza? Ist doch richtig eklig. Würde ich nicht essen. Aber da haben wir halt immer irgendwo erstmal für die Chronik an sich, wie entstehen Shitstorms, ich habe immer erstmal, Punkt 1, einen auslösenden Beitrag. Das kann unsensibler Inhalt sein oder. Ja, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, beleidigende Anregen oder Unwissenheit. Und dann im Punkt 2 andere sich empören, Anschluss dran nehmen. Und dann passiert dann hoffentlich Krisenmanagement, von denen die betroffen sind, hat Barilla irgendwie reagiert, hat Bertolli irgendwie reagiert bei den Sachen. Maria? Barilla. Ach, Barilla. Die anderen Nudeln, Barilla? Also die haben jeweils reagiert. Die haben jeweils reagiert, haben sich dann am Ende auch entschuldigt, genauso H&M zum Beispiel mit den T-Shirts, also Entschuldigung, wir haben das nicht so und so gesehen, es war nicht unsere Absicht, also es wird im Normalfall meistens entschuldigt. Gibt aber auch andere Unternehmen, die gehen dann so richtig schon rein und sagen, nö, wir stehen aber trotzdem dazu. Da gab es zum Beispiel von Two Foods, diesem Smoothie-Hersteller, auch mal eins, das war mit Chiasamen gewesen, irgendwas. Und da haben sie dann das Ganze mit Samenstau beworben. Und die fanden es einfach weiterhin witzig und haben dazu gestanden. Darüber sind welche aufgeregt? Ja, natürlich. Okay. Wir leben im Internet. Die Internet. Und dann hat eben auch entweder passiert, also es wird gutes Krisenmanagement gemacht, da sind wir bei Krisenkommunikation im wirtschaftlichen Sinne, denn meistens betrifft sowas irgendwann Organisationen oder halt Unternehmen. Und entweder kühlt sich das dann mit der Zeit ab oder durch gutes Management. Da auch, ich biete ja mit Schriftarchitekt auch Management Consulting an für andere und da habe ich das auch häufiger, dass ich dann solche Fragen bekomme, eben mit Shitstorm. Ich finde es immer sehr, sehr interessant, das ist bei mir gar kein großes Thema. Die Leute machen immer ein großes Thema in den Seminaren aus dem Thema Shitstorm und wie man damit umgehen kann. Es wird als sonst was betrachtet, es ist aber gar nicht so wichtig. Ich habe hier noch mal eine Statistik. Die ich nicht so ganz durchsteige gerade. Also es gab eine Umfrage basierend auf Daten von Bitkom, bei Social Media Statistiken ist das ganz einsehbar und da geht es darum, negative Erfahrungen, die Unternehmen in der externen Kommunikation gemacht haben, eben bei Social Media, also im Internet. Und da wurde halt eben herumgefragt und 39 Prozent der befragten Unternehmen, das waren fast 700, das ist auch alles repräsentativ gewesen und 39 Prozent, also etwa 40 Prozent der Unternehmen, also zwei Fünftel, haben schon mal negative Erfahrungen im Netz gemacht. Das heißt, drei Fünftel wohl nicht. Gleich mal zum, für das Gegenteil. Und dann wird das halt so abgestuft, also negative Erfahrungen insgesamt. Achso und davon hatten dann 25 Prozent Politik am Produkt. 25 Prozent, da wurde das Produkt kritisiert. Kritik an der Firmenpolitik. Genau, 9 Prozent. Es gab 7 Prozent Beleidigungen und 3 Prozent haben Shitstorms erfahren. Da möchte ich vor allem mal sozusagen 3 Prozent der Unternehmen, also von 40 Prozent, die jemals negative Erfahrungen gemacht haben, waren es gerade mal 3 Prozent, die es wirklich auch als Shitstorm bezeichnen wollten. Könnte das jetzt noch hochrechnen, wie groß die Unternehmen gewesen sind, die ein Shitstorm erfahren haben? Ich denke, wenn jetzt rote Soße vom Shitstorm redet, das ist was anderes, als wenn Google einen Shitstorm erfährt. Ja, also das waren, das war KMU-Bereich, also kleinere und mittelständische Unternehmen. Okay, also schon eher so rote Soße, Bertolli eventuell noch. Bertolli würde ich schon drüber sehen, aber es ist halt die Frage, was ist der Mittelstand? Das wird sehr, sehr breit interpretiert. Aber man kann sagen, so ist es mal bis 100 Mitarbeiter, bis 200, 300 vielleicht, irgendwas in der Kategorie. Aber halt auch 3 Prozent haben so einen Shitstorm für sich selbst erlebt und das halt so bezeichnen, was ich eine recht geringe Zahl finde. Also es wird viel drüber geredet, aber es ist gar nicht so krass viel, dass es dieses subjektive Wahrnehmen. Ja, es hat halt den großen Aufschrei, was ja auch wieder ein anderer Shitstorm war, das Potenzial, dass viele drüber reden, viele sehen. 2013 war Aufschrei, 2016 gab es den Schweizer Aufschrei übrigens noch. Mal, gab es kurzzeitig eben für die Altgenossen. Ah, und wie heißt das Aufschrei aus Schweizerdeutsch? Das war der Schweizer Aufschrei, das Heftage. Achso, die haben das gleiche. Also einfach nur Schweizer davor gesetzt. Also betreffend sowas kann sich auch durchaus nochmal in anderen Ländern fortsetzen. Aber Entschuldigung, ich habe die unterbrochen. Nee, ich glaube nicht. Nur einfach nur, dass das halt der Aufschrei, dass so ein Shitstorm mehr Zuschauer zieht, als wenn ich jetzt einfach nur zum Unternehmen hingehe und sage, dieses Produkt gefällt mir nicht. Und dann bei den 25 Prozent, deren das Produkt das nicht gefallen hat. Wo Kritik an einem Produkt geübt wurde, dann kriegen das vermutlich nur Leute, mit denen ich davon erzähle. Die werden es vermutlich nicht weitererzählen. Und das Unternehmen selber nimmt die Kritik zur Kenntnis und kann dann machen, was es will. Beim Shitstorm ist ganz Twitter voll. Hashtags steigen in die Trends. Facebook werden Bilder gepostet. Alle erzählen ihren Freunden davon. Nie hast du gehört. Meine MeToo, dem konnte man ja gar nicht hingehen. Da muss in einem Loch eingesperrt gewesen sein, um das ganze Hashtag MeToo nicht bekommen zu haben. Darüber hat auch jede Tageszeitung berichtet. In jedem Magazin. Das ist halbwegs relevant erachtet im Fernsehen. Im Internet sowieso jedes einzelnes Medium. Ich muss aber sagen, ich finde MeToo teilweise schon wieder ein bisschen überbewertet an manchen Punkten. Ich meine, wir hatten in Deutschland halt mit Aufschrei genau sowas ähnlich. Da ging es in dem Fall zwar um Alltagssexismus, nicht speziell an dem Beispiel Hollywood, aber es war ja ähnliche Problematik. Und ich fand bei Aufschrei das Ganze wesentlich abgeklärter und sachlicher als bei MeToo, wo das teilweise schon hysterische Ausmaß für mich angenehm hat. Du meinst jetzt, was sich entwickelt hat, denn der Auslöser für MeToo war, dass jemand Frauen vergewaltigt hat. Genau, also dieser Harald Weinsky, dieser karte Hollywood-Produzent. Genau. Ich finde, das ist nicht überbewertet, da jetzt einen Skandal daraus zu machen. Nein, ich sage nicht, dass es überbewertet ist, aber wie es halt dargestellt wird. Wir sind die Ersten, die darüber reden. Nee, in Deutschland gab es 2013 schon mal sowas. Wir hatten schon eine Debatte. Aber da wurde jemand sexuell belästigt und nicht vergewaltigt. Ist das lustig? Ich meine, willst du da wirklich so einen Unterschied machen? Ich finde beides gleich schlimm eigentlich. Ich würde sagen, Vergewaltigung ist schlimmer. Aber da können wir uns jetzt auch recht übersteigen. Das eine führt zum anderen. Nicht zwingend. Das heißt ja nur, bei der Vergewaltigung, vorher hattest du ja meistens, also man kann jetzt ewig diskutieren, da wird es auch x Meinung geben. Wir könnten jetzt unseren eigenen Stützdorn provozieren an der Stelle. Aber ich bin der Meinung, so eine Belästigung ist der erste Schritt zu einer Vergewaltigung bei manchen Leuten. Wenn das durchgeht, so eine Belästigung, dann fühlen sich meistens der Kerle einfach sicherer und sagen, jetzt erst recht. In Deutschland aufschreit ja auch angefangen, als Rainer Brüderle, ein FDP-Politiker, eine Kellnerin oder irgendeine Hotelangestellte belästigt hat. Das war der Ursprung. Und da finde ich, das reicht doch genauso aus. Da muss es gleich Vergewaltigung oder ein Totschlag sein. Ich würde jetzt Rainer Brüderle nicht unterstellen, dass er sich auch vergewaltigt hätte. So weit würde ich nicht gehen. Ich sehe den kleinen Unterschied da. Das gab es ja dann auch mit der Weltbank, irgendein Weltbankchef, ich habe einen Namen da nicht mehr. Da wurde ja dann gesagt, dass er eine Putzfrauenmotel vergewaltigt hätte. Also einfach so die alten weißen Männer, die sich irgendwie total geil finden. Dieses Klischee einfach. Ja, sehr schweres Thema. Ich will mir wieder ein bisschen positive Energie reinbringen mit einer Band, die wir, glaube ich, noch nicht hier hatten. Oder wolltest du vorher noch was sagen? Nö, ne, passt. Gut. Devin Townsend Project, die wunderschöne Progressive-Rock-Band von Devin Townsend. Offer your light. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Unsere Website hosten wir bei Alpha Hosting. Wir hatten bis dahin noch nie Probleme. Schneider Kundendienst, stabiles Server. Wir können es eigentlich nur empfehlen. Geht jetzt auf onlinengeister.com slash hosting und für jeden Vertrag, den ihr mit Alpha Hosting schließt, bekommen wir kleine Gutschrift und damit könnt ihr halt auch helfen, uns und die Sendung zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt geht es weiter mit der Sendung. Devin Townsend Project haben uns ihr Licht angeboten. Wir nehmen es dankend an und sind wieder beim Thema. Onlinegeister. Thema der Sendung. Ich mag noch kurz von vorher Ansätzen betreffen, diese ganzen Diskussionen. Mir geht es vor allem darum, ist man während den Anfängen, wenn es jetzt hier Vergewaltigung, Mitlässigung und sonst wie was geht. Es ist alles scheiße, um es mal so zusammenzufassen. Womit wir auch wieder beim Thema Shitstorm wären. Alles ist scheiße. Wie verhindern wir, dass es so scheiße wird? Sollten wir das überhaupt verhindern? Ja, das möchte ich mal als Diskussionsgrundlage auch mal in den Raum stellen. Also ich bin der Meinung, sollten wir Shitstorms überhaupt verhindern? Ganz ehrlich, der Begriff ist da schon irgendwie total dämlich. Ein Shitstorm. Das ist schon so dieses, wir labeln es irgendwie und das ist so dieses große Titelseitending. Ich finde es einfach, es ist aufmerksamkeitszeichend als Begriff und damit eigentlich auch ein perfekter Ausdruck dieser modernen Empörungskultur, in der wir leben. Denn heutzutage ist alles ja irgendwie eine Empörung wert. Wenn ich bei irgendeinem Schnellrestaurant schlecht bedient werde oder man vergisst, das Ketchup bei mir reinzutun, dann habe ich gleich meinen Tag total im Arsch und was weiß ich nicht. Also viele Leute, die möchten sich heutzutage aufreden, die wollen ein Arschloch sein. Also subjektive Wahrnehmung jetzt. Ja, wahrscheinlich auch dadurch, dass das Internet dir diese Bühne bietet, sich zu empören. Na, wie heißt das, sich zu empören, sich zu präsentieren, zu sagen, hier, ich bin eine wichtige Person, deswegen hat es mich besonders gestört, dass hier was schiefgelaufen ist. Ich habe auch eine Meinung. Ja. Sagst du den letzten Punkt in deinem Skript noch oder soll ich weitermachen? Also ich kann sagen, ich bin der Meinung prinzipiell, ja, wir sollten definitiv, auch als Fazit für mich, wir sollten definitiv Shitstorms verhindern, denn sie schaffen schlussendlich nur Leid. Leid und Schmerz. Und Leid führt zu unendlichem Leiden. Leid ist schon das Ende, ne? Von Angst führt zu Zorn, Zorn führt zu Furcht, Furcht führt zu Leid und Leid führt zu... Ne, Leid ist schon dunkle Seite, oder? Ich bin Buddhist, insofern, ich habe mit Leid auch zu tun, da hat Lukas was daraus nur geklaut. Ne, aber einfach, Leben ist Leiden, Leben ist Unzufriedenheit und das muss man ja nicht unnötig fördern, indem man solche Angriffe einfach fährt. Warum kann man nicht miteinander klarkommen? Ja. Also ich finde, das Leben besteht ja aus Konflikten und man sollte halt nur lernen, die gepflegt zu führen. Also ja, man soll Kritik üben, man könnte H&M darauf hinweisen, hier, das ist vielleicht etwas unsensibel, was ihr da gerade gemacht habt. Aber sachlich vielleicht. Aber dann sachlich und nicht sofort jemanden angreifen und nicht sofort rausspringen und jemanden als Rassist bezeichnen. Vor Jahren habe ich wegen einer Kleinigkeit bei Rade Korax in einem anderen Kontext ein Interview geführt mit Herrn Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen Deutschland. Hallo. Sehr angenehme Person, ob die Angeistung noch hört, weiß ich nicht, wahrscheinlich kennst du die Rade Korax schon wieder vergessen. Das weißt du nicht. Wenn sie noch zuhören, schöne Grüße, sehr angenehmes Interview damals, vor vier Jahren, das ist jetzt schon her. Mann, wir werden alt. Und die Stil gesagt haben, wenn die irgendwo rassistisches Verhalten bemerken oder auch versehentlich, es geht ja nicht darum, die Begründung, wir wollen auf niemanden zeigen und sagen, du bist ein Rassist, wir mögen dich nicht, sondern einfach hier, was du gemacht hast, ist eventuell beleidigend, unsensibel, achte mal bitte darauf, dann sind andere auch freundlicher zu dir, so ungefähr. Und mehr in diese Richtung gehen, mehr so Leute darauf hinweisen, konstruktive Kritik üben. Und vor allem ganz, ganz wichtig, Prioritäten setzen. Ist es überhaupt wichtig, worüber ich gerade spreche? Wie wichtig ist das? Kurzes Beispiel, als die Ehe für alle beschlossen wurde, mussten ja auch verschiedene technische Sachen geändert werden, zum Beispiel auch bei den Computern diese ganzen Formulare zum Ausfüllen mit heiraten. Das Problem ist, ich glaube, bis Ende des Jahres wird es umgestellt, aber momentan, wenn gleichgeschlechtliche Paare heiraten wollen, müssen die rein formell für den Computer weiter, es muss einen Mann und eine Frau geben. Die Computer kriegen das nicht hin. Aber das ist überhaupt zu Beginn so festgelegt. Egal, aber da hat eben auch, ich weiß nicht, irgendwie der Verband der Schwulen und Lesben, irgendeine Dachorganisation, ich habe einen Namen nicht mehr im Kopf, die haben da halt auch gemeint, es ist zwar peinlich für Deutschland als Technologieland, dass wir das nicht hinkriegen innerhalb von anderthalb Jahren, aber dann so ganz ehrlich, wir haben wichtigere Probleme in dieser Welt als sowas. Ja, schön, dass es jetzt geht, was auf dem Papier steht, ist erstmal scheißegal. Genau, und da finde ich halt, das ist so wunderbar unaufgeregt, wo ich für mich auch sage, das ist gute Kommunikation, das ist gutes Krisenmanagement, einfach zuhören und überlegen, okay, wie können wir möglichst einen Kompromiss finden, wie es ja eigentlich auch in der Politik sein sollte. Politik ist das Finden von Kompromissen. Ja, und wie gesagt, bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD oder der Verband der Schwulen und Lesben, oft sind es die, die am ehesten betroffen sind, die die diplomatische Lösung wählen. Sehr viele springen halt nach vorne, die gar nicht betroffen sind, versuchen großen Verteidiger, Ritter an strahlender Rüstung zu spielen und dann sagt der Betroffene, nee, komm, ist in Ordnung, ich komme alleine klar, fahr mal ein bisschen runter mit deiner, greif mal die, die gegen mich sind nicht so hart an. Und das finde ich immer sehr gut, das, ne, aufeinander zugehen. Ich glaube, es steht im Kindergarten, aufeinander zugehen, miteinander reden, voneinander lernen, sich besser zu verstehen. Tristan, wir sind hier live. Das hat mir immer sehr gefallen im Kindergarten und auch in der Grundschule, glaube ich, noch. Da habe ich der Meinung generell, das hatte ich auch gestern wieder, witzigerweise, da habe ich mit Marklon zu tun gehabt und so Vertrieblon, wo du auch teilweise sehr unmenschlich manchmal vorgehst. Und da fand ich das auch sehr, sehr interessant, wie da so argumentiert wurde, wenn ich jetzt irgendwie den Kunden von was überzeugen möchte. Da habe ich dann mal auch am Ende gesagt, wir Menschen wollen miteinander klarkommen. Wir wollen uns leiden können, wir wollen einander vertrauen können. Wir haben einfach nur so viele negative Erfahrungen im Leben gemacht, die dazu führen, dass wir eben wie das Kind, was auf die heiße Herdplatte fasst, uns einfach erst nochmal hinterfragen, wollen wir das wirklich? Wir wurden ja schon mal enttäuscht, wir wurden ja schon mal beleidigt oder sonst wie. Und dieses Verhalten, was dann eben auch zu Shitstorms, vor diesen ganzen Empörungssituationen führt, das ist eigentlich am Ende so ein individuell psychologisches Element. Da können wir jetzt nicht darauf eingehen, auch aus Zeitgründen. Aber generell als Empfehlung meinerseits, einfach gut miteinander kommunizieren. Da gibt es Modelle. Ich habe das Zeug studiert. Also das kann man auch zu Tode studieren natürlich. Aber ich meine, Schulz von Thun, vier Ohren einer Nachricht, gar nicht schon mal gehört. Nee, mir sagt dein zweiter Punkt, dass die Kommunikationsmaxim nach Grice sagt mir eher was als das Vier-Ohren-Modell. Interessant. Ja. Also die Konversationsmaxim nach Grice, was weißt du denn da noch? Qualität, Quantität und so. Also sage Sachen, die möglichst wahr sind, sage Sachen, die wichtig sind, sage Sachen, die auch für dein Gegenüber relevant sind. Im Prinzip so ein bisschen auch Empathie, überlegen, wenn ich jetzt was sage, wie betrifft das den anderen? Vor allem im Internet vergessen, also ganz viele Leute. Nicht einfach irgendjemanden beleidigen, weil ich jetzt gerade was rauslassen muss, sondern bringt das dem anderen weiter, wenn ich ihn jetzt beleidige? Vermutlich nicht. Entsteht ein Mehrwert dadurch? Nein, dann lass es. Da gleich Tipp Nummer eins. Wie verhindern wir Schütztorms? Konversationsmaxim nach Grice. Das sind vier an der Zahl. Maxime der Qualität, Quantität, Relevanz und Modalität. Übersetzt und zusammengedampft auf einen Satz wäre das. Sei klar, wahr, relevant und beschränke dich auf das Nötige. Das ist sehr schön. Und was machen wir, wenn man schon mit dem Rischdeck im Schütztorm sich am besten ausklinken, das Auge des Sturms suchen, die Mauer erklimmen und man sieht den großen freien Himmel. Das haben die Abuschenorchester gemacht mit dem Lied Climbing the Eyewall. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Bei Haftpflichthelden könnt ihr eure Haftpflichtversicherung für 72 Euro jährlich abschließen. Unterstützt uns und werdet Mitglied bei Haftpflichthelden. Mit unserem Rabattcode könnt ihr dabei 10% Beitrag sparen. Geht jetzt auf online-gaster.com-haftpflichthelden. Und jetzt geht es weiter mit der Sendung. Diablos Jünger Kestruer erkletterten den Augenwall. Climbing the Eyewall, so nennt man die Abgrenzung vom Inneren eines Hurricanes. Das Auge des Sturms. Und damit sind wir am Ende angelangt. Online-Geister Feedback Nämlich beim Feedback. Großfeedback haben wir nicht. Wieder immer gibt es alle Quellen bei www.onlinegeister.com-folge 021 diesmal. Genau. Und wir wurden erwähnt und empfohlen. Es gibt den schönen Artikel 45 Hörenswerte Podcasts, die dich und dein Business weiterbringen. Von Daniel Schöber im IAMDigital Magazin. Und wir wurden da erwähnt in der Kategorie Online-Marketing, Social Media und Vermarktung. Insofern, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schöber. Vielen Dank, IAMDigital. Wir fühlen uns geehrt. Und ansonsten vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns euer Ohr leiht. Wir schätzen das sehr. Deswegen sagt uns eure Meinung, herzlichen Bewertungen, sonst wie was. Ansonsten, Kurzfassung, das war es für heute. Interessant, hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht es um E-Learning. Das war Onlinegeister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com. . 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 Bis zum nächsten Mal.